In diesem Video geht es um den Tiefpass und den seht ihr mal hier rechts dargestellt. Und ihr seht jetzt, wir haben jetzt so eine RC-Reihenschaltung und dann haben wir jetzt links eine Eingangsspannung UE, dann rechts eine Ausgangsspannung UA an der Kapazität und dann kommen wir uns jetzt beim Tiefpass immer das Frequenzverhalten an. Und jetzt haben wir nämlich immer hier Sinuswechselspannung, das heißt sowohl als Eingangsspannung geben wir eine Sinuswechselspannung rein und bekommen dann am Ausgang, an der Kapazität auch eine Wechselspannung raus. Weil wir sehen ja, wir haben jetzt hier so eine Wechselstromschaltung, hier mit Kapazität, da haben wir immer Wechselspannung. Und dann ist jetzt die Aussage des Tiefpasses, dass wenn wir jetzt tiefe Frequenzen, also dann quasi so geringe Frequenzen als Eingangsspannung UE haben, dann haben wir auch eine hohe Ausgangsspannung. Heißt, wenn zum Beispiel das jetzt hier die Eingangsspannung von 10 Volt wäre, können wir uns vorstellen, hier Amplitude, das von hier bis nach hier, das wäre jetzt 10 Volt, dann könnte zum Beispiel sein, dass jetzt die Ausgangsspannung UA dann dementsprechend zum Beispiel hier eine Größe von 8 Volt hätte. Das heißt, wir haben ein gutes Übertragungsverhalten und dagegen, wenn wir jetzt hohe Frequenzen haben als Eingangsspannung, könnte es so aussehen, dass wenn wir jetzt hier so ein UE haben, das jetzt hier eine hohe Frequenz hat und wir dann hier eine Amplitude, also dann eine Spannung von 10 Volt haben, dann könnte es jetzt hier sein, dass bei einer hohen Frequenz die Ausgangsspannung UA jetzt dann so aussieht, dass wir nur noch vielleicht 2 Volt hier haben. Das heißt, dass eben die Ausgangsspannung, die wir letztendlich erhalten, sehr gering ist. Deswegen auch das Wort Tiefpass heißt, tiefe Frequenzen hier können den Tiefpass sehr gut passieren, sodass wir dann bei tiefen Frequenzen eine hohe Ausgangsspannung am Ende erhalten. Dagegen hohe Frequenzen können den Tiefpass nicht so gut passieren. Da bleibt am Ende halt dann nicht mehr so viel ruhig. Und das jetzt erstmal so zur Grundvorstellung. Und jetzt die Frage, woran liegt das und wie kann man jetzt diese Spannung am Ende genau berechnen? Das will ich jetzt mal im Folgen erklären. Und dazu gucken wir uns jetzt mal hier die Spannungsteilerregel an. Denn die Spannungsteilerregel lautet ja, dass jetzt die Spannung UA am Ende, also dann am Ausgang an der Kapazität, die ist ja nach der Spannungsteilerregel gleich. Und jetzt XC durch und dann die Gesamtkapazität, jetzt Wurzel aus R² plus XC² mal UE. Das ist die Spannungsteilerregel. Ich sehe nämlich da, wo wir die Ausgangsspannung haben und dann durch Gesamtkapazität. Jetzt wichtig noch, wir betrachten das Ganze jetzt nicht mit komplexen Zahlen. Das ist halt der Betrag der Gesamtkapazität. Und hier seht ihr rechts noch die zugehörigen Formeln. Und dann eben auch noch hier mit XC die Formel für die Impedanz der Kapazität ist ja 1 durch Omega C. Jetzt ohne J, also ohne komplexe Schreibweise jetzt. Und dann können wir diese Formel jetzt vereinfachen. Und zwar können wir jetzt sagen, dass es auch das gleiche ist wie XC durch und dann jetzt kann man schreiben, dass jetzt hier das ist XC² mal in Klammern R² durch XC² plus 1. Denn, wir sehen, wir können uns vorstellen, hier ausmultipliziert das mal das ergibt wieder das R² hier. Und dann mal der 1 ergibt das XC, hier muss noch ein Quadrat stehen, ergibt das XC² hier. Und dann können wir das noch hier weiter vereinfachen. Denn wir sehen jetzt hier, wir haben mal in der Wurzel, das heißt daraus wird ein XC. Das XC und XC können wir dann hier quasi wegstreichen. Das heißt, hier muss man natürlich noch ein UE hin. Das heißt, wenn wir das wegstreichen und dann das wegstreichen, dann erhalten wir jetzt letztendlich gleich 1 durch und dann Wurzel aus R² durch XC² plus 1. Also das, was hier übrig bleibt, mal UE. Und dann können wir jetzt hier für XC genau unseren Wert 1 durch Omega C einsetzen. Also die allgemeine Formel für die Impedanz der Kapazität hier. Und wenn wir das dann machen, dann erhalten wir letztendlich die Formel 1 durch Wurzel aus R² Omega² C² plus 1 mal UE. Und das ist jetzt hier die entscheidende Formel. Und dann sehen wir jetzt eben, dass wenn wir jetzt eben hier tiefe Frequenzen haben, weil Omega ist ja auch eine Art von Frequenz, Omega ist ja die Kreisfrequenz, kann ich auch mal einschreiben, Omega ist ja gleich 2Pf. Das heißt, das Verhalten von Kreisfrequenz und Frequenz geht Hand in Hand. Und dann können wir uns vorstellen, wenn wir jetzt eben tiefe, also kleine Frequenzen für Omega einsetzen, dann haben wir auch hier einen kleineren Wert in der Wurzel, also insgesamt einen kleineren Nenner. Und dementsprechend kleinerer Nenner führt dazu, dass insgesamt hier das Ganze, was hier rauskommt für UA, dass das größer wird. Heißt, wir erhalten dann dementsprechend höhere Ausgangssprung UA. Dagegen, wenn wir jetzt hier andersherum hohe Frequenzen einsetzen, dann haben wir einen großen Nenner, dann erhalten wir kleinere Ausgangssprung UA. Das heißt, damit, mit dieser Formel kann man jetzt ganz genau auch berechnen, wie groß letztendlich die Ausgangssprung UA beim Tiefpass ist. Und die grundige Theorie dahinter ist ja eben, dass die Kapazität, also die Impedanz der Kapazität jetzt eben abhängig von der Frequenz ist. Und dann, wenn wir eben für verschiedene Frequenzen unterschiedliche Impedanzen für die Kapazität haben, dann haben wir dementsprechend nach der Spannungstallregel auch unterschiedliche Spannungen. Und dann kann man das Ganze jetzt noch grafisch darstellen. Und zwar jetzt mal ausgetragen, hier auf der x-Achse die Frequenz Omega oder auch Frequenz F. Es kommt jetzt das Gleiche. Dann hier haben wir die Verstärkung UA durch UE. Und dann hätten wir zum Beispiel ungefähr so einen Verlauf. Das heißt, wir sehen jetzt eben, bei sehr geringen Frequenzen haben wir einen sehr hohen Wert UA durch UE. Das heißt, da haben wir sehr viel Ausgangssprung am Ende rauskommen, genau wie wir besprochen haben. Und dagegen, wenn wir jetzt hier immer weiter mit der Frequenz steigen, dann wird hier die Ausgangssprung immer geringer. Und dann gibt es ja auch noch eine sogenannte Grenzfrequenz. Die ist dann jetzt ungefähr hier. Und das jetzt Fg gleich 1 durch 2 Pi mal R mal C. Und dann hätten wir jetzt hier ein Zugriffsverhältnis von 1 durch Wurzel 2. Und hier bei dieser Grenzfrequenz, dann kann man sagen, dass wir jetzt letztendlich nur die Hälfte der Leistung haben bei dieser Grenzfrequenz. Das ist auch dazu. Und dann kann man das Ganze jetzt auch noch logarithmisch darstellen. Das wird dann jetzt genau der Amplitudengang beim Boden, die wir haben. Seht ihr auch mal hier rechts dargestellt. Da sieht der Verlauf ein bisschen anders aus. Und dann eben das Ganze logarithmisch dargestellt. Und das jetzt zur Teorie. Jetzt verlinke ich mal hier ein Video zum Hochpass. Das heißt, da haben wir jetzt Kapazität und Wirschen vertauscht. Und ich verlinke jetzt noch hier meinen Marzellich-Me-Kanal. Da mache ich auch in deinen Videos. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr auch direkt vorbeischauen. Und das war es dann damit zu diesem Video.